Hallo, ich bin Hans-Joachim Heist und ich spiele WUT im neuen Disney-Pixar-Film Alles steht Kopf. Das passt super, denn ich bin echt gerne wütend. Was? WUT kennt ihr. Dieses überwältigende Gefühl, das langsam in euch hochkorkt. Wenn ihr im Stau steht oder die verdammte Bahn mal wieder nicht fährt. Okay, aber darüber wollte ich ja gar nicht reden. Ich wollte über den Film reden. Hat mir gedacht, was Schönes? Es gibt natürlich auch noch andere Emotionen, aber ganz ehrlich, das sind alles totale Weicheier. Ich bin ja so traurig. Ich habe Angst, ich netz mich ein. Ich habe Zugang zu allen Daten der Schimpfwörterbibliothek. Also, komm mir besser nicht blöd. Sonst wird WUT wütend. Nicht wirklich. Aber sowas von wirklich. Und dann wird es unschön. Und das mit dem brennenden Kopf passiert mir auch ständig. Deshalb habe ich hier oben auch keine Haare mehr. Damit ist der Fall abgeschlossen. Und der Fall bes patio. Ich bin ja wohl nicht. Wa gespielt. Aber die war nicht. Aber die war nicht. Und das mit ein haare tangent int dissolved. Und die war nicht so eine可能neuse. Nor gibt es ein coel-耶 достижente. AusatmunkVIN, wenn's forming auch was für uns da. Ökum great. Vielen Dank.